Fast mein ganzes 30. Lebensjahr habe ich im Spital aufgebracht. Diese Zeit habe ich dann nicht richtig verarbeitet. Die Verarbeitung ist erst später gekommen und die dauert sicher ein bisschen an. Ein Teil dieser Verarbeitung ist sicher, dass ich heute offen über meine Krankheit sprechen kann und mit dem möchte ich auch anderen Betroffenen Mut machen. Ich bin Nicole Christler, Instagram-Bloggerin. Ich habe als Kind hier in die Chemie gehabt und ich rede darüber.